Wird Ihnen präsentiert von Also ich glaube, für die Faszination einer Kugelbahn ist man ja nie zu alt, ne? Ne, also wir sagen für Kinder unter 100 Jahren normalerweise. Die Eltern spielen auch oft häufiger damit als die Kinder, das kommt auch vor. Da sitzt man unter dem Tannenbaum noch abends und Eltern bauen weiter. Tolles Ding, ja. Ich bin auch ganz fasziniert. Was ist das Besondere an dieser Kugelbahn oder an diesem System? Das System ist kompatibel mit gängigem Baustein-System. Das heißt, die meisten Leute haben schon den Großteil der Kugelbahn zu Hause, wissen es aber vielleicht noch nicht. Weil mit dem gelben Rinden kann man aus den ganzen Bausteinen, die man schon kennt, zu Hause hat. Also aus meinem Lego, was ich zu Hause habe, um es mal beim Namen zu nennen. Beispielsweise könnten Sie da mit den gelben Bahnelementen eine Kugelbahn rausbauen. Also alles, was Sie hier schwarz haben und mit Ihren eigenen Steinen, könnte ich auch mit meinen eigenen Lego-Steinen machen. Und dann kaufe ich von Ihnen die gelben Bahnen und dann kann ich mir was ganz Tolles da ausbauen. Und es gibt auch super Ideen, da zum Beispiel eine Themenwelt mit einzubauen. Wenn man jetzt eine Raumschiffwelt haben möchte in der Kugelbahn, kann man alles verbinden. Alles, was es von anderen Bausteinherstellern gibt. Klasse. Und so bleibt es auch was länger im Kinderzimmer und ist nicht so schnell wieder in der Kiste. Wissen Sie was? Dann nehme ich mir meine Kinder, die sind zwar noch ein bisschen zu klein mit vier Jahren, aber ich bin noch nicht groß genug. Aber Sie sind ja älter als acht Jahre, dann dürfen Sie schon mitspielen. Ich nehme mir einen Katalog mit. Gerne. Danke Ihnen. Danke auch. Tschüss. Wurde Ihnen präsentiert von Juhu! Dijuayot. Mein Pool.